Sperrt die Kühe in den Stall und zieht euch was übern Hintern, die Aliens kehren bald zurück. Ab dem 30. August 2022 wagt sich Krypto in Destroy All Humans 2 Reprobed erneut auf die Erde, um Rache zu nehmen und die Pläne seiner bösen Gegenspieler zu vereiteln. Das neu aufgebaute Remake hat den berühmt-berüchtigten Humor aber nicht im Jahr 2006 zurückgelassen, sondern alles aus dem Original in den Frachtraum der fliegenden Untertasse gestopft. Wir durften bereits einige Stunden in den Titel reinspielen und uns in den ersten beiden Gebieten austoben. Dabei haben wir uns so einige Gefechte mit feindlichen Agenten geliefert, als auch zusammen mit vermutlich nicht ganz nüchternen Hippies unsere Freiheit genossen. Wir zeigen euch, ob die Neuauflage vielversprechend wirkt oder ob wir sie lieber ins All zurückschießen wollen. Das Spiel orientiert sich stark am Original, weshalb ihr es genau wie früher mit einem anderen Protagonisten als im Vorgänger zu tun bekommt. Naja, so ganz stimmt das ja eigentlich nicht, denn irgendwie handelt es sich ja trotzdem noch um Krypto. Der ist allerdings aus nicht näher genannten Gründen ums Leben gekommen. Also seid ihr nun als sein Klon und Nachfolger unterwegs. Mit der Hilfe von Pox hat er das weise Haus infiltriert und sich kurzerhand zum Präsidenten von Amerika gemacht. Der Körperfresser-Fähigkeit sei Dank, mit der er den eigentlichen Chef unter seine Kontrolle gebracht hat. Kryptosporidium-138, wie er mit vollem Namen heißt, kann nämlich die Körper von unschuldigen Menschen kapern und sich so als einer von ihnen ausgeben. Obwohl die Amerikaner selbst euch noch nicht verdächtigen, ist euch der KGB auf die Schliche gekommen und betrachtet euch als Bedrohung für die Sowjetunion. Um euch auszuschalten, zerstören sie euer Mutterschiff. In dem befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch Pox, während ihr es auf der Erde so richtig krachen lasst. Zum Glück konnte euer Komplize eine Kopie seines Bewusstseins speichern und steht euch jetzt als Hologram mehr oder weniger tatkräftig zur Seite. Doch wollt ihr eure Feinde natürlich damit nicht durchkommen lassen und deswegen versucht ihr stattdessen, ihre bösen Pläne zu vereiteln. Für euch und euren übernatürlichen Waffen ist niemand sicher. Bevor das Mutterschiff zerstört wurde, sind einige Datenkerne mit praktischer Ausrüstung rausgefallen und die sind jetzt in der gesamten Spielwelt verstreut. Eure Gegner müssen sich auf Elektroschocks, Feuerschaden oder hinterlistige Attacken mit der Analsunde einstellen. Denn ja, die dubiose Waffe, mit der ihr euren nichtsahnenden Opfern das Hirn zum Hintern rauszieht, ist natürlich wieder am Start. Chaos lässt sich auch wunderbar mit eurem UFO stiften. Laserangriffe und ein Entführungsstrahl machen euch zu klassischen Außerirdischen, die Menschen verschleppen und die Welt ins Verderben stürzen wollen. Als Präsident der USA oder zumindest als Marionettenpräsident liegt euch vor allem die DNS der Menschheit am Herzen. Die braucht ihr zum Verbessern eurer Fähigkeiten sowie eurer Ausrüstung und lässt sich mit der richtigen Waffe ganz einfach klauen. Immerhin brauchen diese niederen Lebewesen sie doch eigentlich gar nicht. Oder zumindest benötigt ihr sie jetzt dringender. Mit genügend Feierlaune lassen sich die Passanten ins Partyfieber versetzen und kriegen nichts mehr um sich herum mit. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr unerwünschte Aufmerksamkeit erregt habt oder möglichst unauffällig vorgehen wollt. Wenn sie euch in eurer Alien-Gestalt sehen, steigert sich eure Alarmstufe und die Polizisten eröffnen das Feuer. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als den Leuten eine Gehirnwäsche zu verpassen oder den Rückzug anzutreten. Immerhin seid ihr der erste Furon mit Genitalien und die müsst ihr doch unter allen Umständen beschützen. Die unterschiedlichen Gesuchtstufen scheinen aber keine langfristigen Konsequenzen zu haben, sondern nur für den Moment zu gelten. Dass die Menschen beim Anblick von Außerirdischen schreiend davonrennen und direkt die Polizei alarmieren, macht eure Mission ziemlich schwer. Geballer ist also nicht immer das Mittel der Wahl. Manchmal müsst ihr unauffällig vorgehen und euch die unscheinbaren menschlichen Passanten zunutze machen. Generell gibt's sowohl Missionen, in denen Gewalt keine Lösung ist, als auch welche, in denen sie das sehr wohl ist. Wenn es nach Krypto geht, lassen sich Probleme ohnehin schneller bewältigen, wenn er etwas, naja, überzeugender wird. Da müsst ihr je nach Situation beurteilen, was sich gerade besser eignet. Insgesamt hatten wir aber deutlich mehr Spaß, wenn wir den Zapomatic oder den Dislocator zum Einsatz bringen durften, als uns durch irgendwelche Sperrgebiete zu schleichen. Trotzdem ist es gut, dass euer UFO eine Tarnfunktion besitzt, damit ihr nicht gleich die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. In den ersten Spielstunden haben wir mehrere Landeplätze entdeckt, die uns einiges an Fußweg erspart haben. Direkt dahin teleportieren konnten wir uns nicht und waren daher auf einen Platz in der Nähe unseres Ziels angewiesen. Praktisch ist es aber trotzdem. Außerdem könnt ihr mit der fliegenden Untertasse in andere Gebiete reisen, Upgrades freischalten oder dem anzüglichen Alien andere Skins verpassen. Ein Blick in das Raumschiff dürft ihr allerdings nicht werfen, die Optionen wählt ihr bloß über ein Menü aus. Auch das Reisen von einem großen Gebiet ins nächste führt euch leider nicht durch den Luftraum, sondern nur über einen Ladebildschirm. Auf den ersten Blick scheint die spielerische Umsetzung gut gelungen zu sein. Im Gefecht lässt es sich leicht zwischen den verschiedenen Waffen und Fähigkeiten wechseln, wodurch wir die unterschiedliche Ausrüstung auch wirklich genutzt haben. Ein bisschen erinnert das Spielgefühl an Ratchet & Rift Apart, bei dem die verrücktesten Waffen zum Einsatz kamen. Damit kann Destroy All Humans 2 zwar nicht ganz mithalten, unseren Spaß hatten wir aber trotzdem. Die Reihe ist außerdem bekannt für ihren platten und anzüglichen Humor, der im Remake ebenfalls nicht zu kurz kommt. Ob ihr die Flachwitze mögt oder dabei nur die Augen verdreht, ist letztendlich Geschmackssache. Trotzdem hat Krypto einige flotte Sprüche auf Lager, während andere ziemlich grenzwertig sind. Rumblödeln steht für ihn also an der Tagesordnung. Das Original stammt aus dem Jahr 2006 und arbeitet mit einigen Klischees und Anspielungen, die wir in einem aktuellen Spiel nicht mehr erwarten würden. Eure freizügige Gefährtin Natalya, die der Protagonist bei jeder sich bietenden Gelegenheit anbaggert, ist da leider keine Ausnahme. Das Spiel nimmt sich insgesamt selbst nicht allzu ernst, weshalb wir vieles als Ironie verstanden haben und uns ein Spunzeln nicht verkneifen konnten. Trotzdem wirft der Titel auch mit wirklich schlechten Witzen um sich. Wenn wir einen Scherzanruf bei der Polizei machen und nach einem Herrn Axel Schweiß fragen, dann sorgt das nicht mal für ein müdes Lächeln. Unverblümte Aussagen von zugedröhnten Hippies oder die geheimsten Gedanken der Passanten waren aber dann doch unterhaltsam. Unser Fazit dazu muss man halt mögen. Wem die Spiele damals schon zu platt waren, der wird auch im neuen Gewand nicht anders von ihnen denken. Wenn ihr aber Lust auf diese Art der Unterhaltung habt, wird das Remake genau diese Erwartungen erfüllen. Mit Black Forest Games ist hier das gleiche Studio am Werk, das 2020 schon den ersten Teil der Reihe neu aufgelegt hat. So dürft ihr euch im Sommer auf den aktuellen Konsolen und PCs in das abgedrehte Abenteuer stürzen. Die Spielwelt wurde dafür von Grund auf in der Unreal Engine 4 neu aufgebaut. Von der Neuauflage profitiert deshalb vor allem die Grafik, die sich echt sehen lassen kann. Optische Wunderwerke wie bei einem Horizon Forbidden West gibt's jetzt zwar nicht, dafür überzeugt der comichafte Stil. Einen Änderungswunsch hätten wir allerdings gehabt, wenn das Studio schon das ganze Spiel für Krypto und die Furonen nachbaut, wären ein paar zusätzliche Charaktermodelle schön gewesen. Wie im Original begegnet ihr bei einem Rundgang durch die Stadt an jeder Ecke den gleichen Erdlingen. Die Wahl eines Körpers fällt besonders leicht, wenn es gar nicht erst viel Auswahl gibt. Da sich das Entwicklerstudio möglichst detailgetreu an die Vorlage halten wollte, können wir diese Entscheidung aber nachvollziehen. Im Gegensatz zum Remake des ersten Teils durften wir zwischen vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen. Auf der niedrigsten Stufe ist das Spiel ziemlich entspannt, weshalb ihr guten Gewissens mindestens die zweite Schwierigkeit auswählen könnt, damit's nicht allzu leicht wird. Wenn ihr Lust drauf habt, noch einmal in die Welt voller schlechter Witze und Alien-Action einzutauchen, scheint das Remake eine gute Wahl zu sein. Optisch ist es sehr gelungen und auch die deutsche Synchro macht einiges her. Destroy All Humans 2 Reprobed erscheint dann am 30. August 2022 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X und S. Feiert ihr den Plattenhumor oder verdreht ihr bei solchen Sprüchen eher die Augen? Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de!